Also, ich habe gerade eben wieder den Anfang der Aufnahme versalbert, weil ich das Mikrofon nicht richtig eingestellt habe. Und darum konnte man wahrscheinlich nicht wirklich hören, was ich gesagt habe. Und darum fange ich nochmal von vorne an. Also, was bisher heute passiert ist, es ist der 6. August mittlerweile hier in diesem Spiel. Und da unten ist das, wo ich normalerweise immer anfange. Und da wollten sie meine Monatskarte nicht haben und haben gesagt, ich soll mir eine kaufen. Und jetzt bin ich hier hochgegangen, um vielleicht hier einen Automaten zu finden, wo man eine Monatskarte kaufen kann. So, jetzt bin ich oben im Bahnhof. Hier ist aber scheinbar nicht wirklich viel los und es ist sehr dunkel hier. Ist das der Automatenautomat? Ja. Oh. So, dann kaufe ich mir mal ein Ticket, obwohl... Was soll's. Ist ja nicht mein Geld. Ist ja das Geld von diesem zufälligen Gerbara hier. Gut. Der der Protagonist ist. Wie kann ich denn nochmal rennen hier? Ah, so. Hoffentlich kriegen wir unseren Zug noch. Oh. So, jetzt ist ja auch nicht so hoch. Dann machen wir noch Bahnen draußen jetzt einfach jetzt aus der Zeit. Es wird immer dunkler hier. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay, ins letzte Mal den Sound vom Spiel extra untergestellt, damit man mich ein bisschen besser hören kann. Aber das ist wieder ziemlich laut irgendwie. Na, das Audio ist wieder hoch. Super. Hat er automatisch wieder hochgestellt. Das tut mir leid, das ist jetzt immer, das piekt immer noch ein bisschen. Ich stelle es noch ein bisschen runter. Und drücke auf Apply. Ach, da kommt er zu. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen weiter, also. So, da wird es nicht ständig piept hier. Okay. So, jetzt bin ich, habe ich weder was getrunken, noch konnte auf Toilette gehen, noch konnte eine rauchen. Warum hat der Zug eigentlich keine Toilette? Ist das in Japan nicht üblich? Das Züge Toiletten haben. Ist heute gar keiner drin hier. Na gut. Na gut. Na gut. Ist heute gar nicht so, wie das ist. Du hast mich mit auf einmal aufhörst. Du hast mich mit aufhörst. Du bist mit aufhörst. Du bist mit aufhörst. Du bist mit aufhörst. Du bist mit aufhörst. Es ist sehr ruhig hier, aber wenn das ein späterer Zug ist, vielleicht sind schon alle zu Hause. Was? Try operating the train, wenn es sonst keiner macht. The train doesn't respond to anything I'm pressing. There's a keyhole, looks like I need a key to operate it. Jetzt muss ich auch mal einen Schlüssel suchen. What? Wird gerade jemand überfahren oder was? Okay! Hey! The fuck? Was soll ich denn hier einen Schlüssel finden? Dann sag mal... Oh! Ah! Ah! Mit so Nothammer, okay. Wie hau ich denn damit zu? Da brauchen wir eigentlich einen Schlüssel. Das ist ein bisschen Müll, ne? Nicht diesen ganzen Müll hier. Ja! 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 Das ist der ältere Herr, dem er das letzte Mal so geholfen hat. The fuck? Wo zum Päufel ist der bescheuerte Schlüssel? Ich brauch den Schlüssel. Also das ist Windmill Toy, das ist ein Cane, das ist ein Bier und das sind Schuhe. Okay. Ich glaube, ich weiß, was das hier soll. Ich muss sie jetzt an die Geister irgendwie verteilen. Und dann kriege ich den Schlüssel, kann das sein? Das ist die Dame, die braucht den Schuh, sage ich jetzt einfach mal. Hallo! Was ist das für eine Hand? Kann ich hier vielleicht raus oder so? Nee, ist hier der Ausgang. Hallo! Hallo! Oder muss ich das der Reihe nach machen? Ich glaube, ich muss das der Reihe nach machen. Der klopft hier. Da muss ich denen seinen Stock geben. Da muss ich denen seinen Stock geben. Hallo! Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ist aber ein sehr hübsches... Also da klopft es... Oh, warte, das ist eine Spiegelung. Das heißt, der sitzt hier. Ah, okay. Meine Güte. Ganz schön rätselig hier. Muss ich jetzt warten, bis wieder einer klopft? Achso. Scheinbar muss ich warten, bis wieder einer klopft. Scheinbar muss ich warten, bis wieder einer klopft. Oh. Was ist das? Was ist das? Ist das der Biertyp? Ich versuche die. Ja. Das. Ah, warte, das ist die Halle. Wo ist das? Ah, ja. Okay, das ging schon mal. Was? Was? Was ist doch der? Ah, okay, der kriegt das Bier. Jetzt brauchen wir noch das hier. Ah, genau, mehr haben wir nicht mehr, ne? Meine Fresse. Hier hat er den Schuh, okay. Ich meine, vielleicht will der das haben. Will der das haben? Nee. Machen wir mal jedes Ganze an. Und das sind immer die wie die roten Lampe davor, ja? Jetzt haben wir alles? Ist das verbessert jetzt, oder was? Hier ist auch noch eine rote Lampe, aber da ist der Typ mit dem Spül stoppt. Geht die jetzt auf, weil da ist jetzt auch eine rote Lampe? Nee. Also, ich will mich ja eigentlich ja nur hier so ein bisschen gruseln, aber das ist ja richtig Arbeit. Das ist nach Feierabend. Hier fehlt noch was. Ich hab' auch nichts mehr. Ich hab' auch nichts mehr. Was ist das? Was ist das? Bügeleisen? Ist das ein Bügeleisen? Ist das so eine Soßenpfanne? Ah, das ist von dem Zikaden-Hoshi, der Aufbewahrungscontainer für die Zikaden. Da. Okay. Bin ich jetzt durch? Was ist das? Ist das? Irgendwas ist da runtergefallen? Ist das der Schlüssel? Was zur Hölle? Ah! 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 Ist der Zug stehen geblieben? Okay. Okay. Und nun? So. Vielen Dank. What the fuck? Wie aufsammeln kann ich das nicht, ne? Der sitzt da immer noch, okay. Hier war doch aber... ...weil nicht eben so ein... ...so ein Aufsammelsymbol oder... ...weil ich mir das nur eingebildet. Das ist dumme, jetzt vermute ich schon wieder ein Jumpscare. Und bin dann quasi vorgewarnt, weil... ...wahrscheinlich fällt gleich wieder irgendeine... ...unmotivierte Leiche auf mich hier runter, wie in dem anderen Teil. Ich werde morgen wohl andere Schuhe anziehen müssen. Fuck! Ah! Die nächste rote Lampe versuchen wir es da nochmal. Ah! Ah! Okay, ich bin tot! Okay. Okay. Scheinbar bin ich tot jetzt. Auch. Auch eine Erfahrung. Kann ich mich umgucken? Ich kann mich umgucken! Sehr gut! Also, das Spiel ist noch nicht vorbei! Wow! Aber das war jetzt fast schon wieder eine halbe Stunde. Ich würde fast sagen... ...machen wir hier einen Cut, oder? Und machen wir beim nächsten Mal weiter. Auf Wiedersehen! Und drückt die Glocke und schreibt einen Kommentar und macht so einen Daumen nach oben oder so. Okay. Bis denn!